Der Holzmarkt Der Holzmarkt ist gewissermaßen der kleine Bruder des Marktplatzes vor dem Rathaus. Der relativ schmale Platz wird beherrscht von der angrenzenden Stiftskirche St. Georg, deren Stufen weit in den Platz hineinragen. Die Treppen werden von Passanten gerne genutzt, um zu verweilen und um dem Treiben auf dem Platz zuzusehen. Zentraler Blickfang ist seit 1976 wieder der Georgsbrunnen. Auf einer Brunnensäule mit korinthischem Kapitell steht der heilige Georg als Drachentöter. Der heilige Ritter stößt einem treuherzig zu ihm aufschauenden Drachen die Lanze in den Rachen. Den barocken Vorläufer dieses Brunnens hatte man 1841 abgetragen und durch einen gusseisernen Brunnen ersetzt. 1961 mußte dieser zweite Brunnen jedoch weichen, weil man Platz schaffen wollte für sage und schreibe drei zusätzliche Parkplätze. Nur am Rande sei erwähnt, auch die Treppen der Stiftskirche waren den Autos im Weg und mußten weg. In den Jahren des Wirtschaftswunders galt das Auto als das goldene Kalb, um das die Ratsherren tanzten. Als man 1976 den Holzmarkt zur Fußgängerzone umbaute, erinnerte man sich an den alten Barockbrunnen. Als Vorlage für die Rekonstruktion der Statue gab es den 1911 im Neckar gefundenen Oberkörper der Ritterfigur. Ein Kunsthistoriker fand schließlich den Drachen und das Kapitell in einem Privathaus. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.